schönen guten tag und willkommen zurück zu skyrim das letzte mal sind wir random von da oben auf den kopf eines drachen gesprungen ist ja nicht süß ich will keinen schädel mitnehmen und jetzt müssen wir weiter in diese richtung ich weiß aber nicht ob es den normalen aufweg gibt oder nicht ich weiß gar nicht wie ich hier hochkommen will lydia wie bist du hier jetzt hingekommen gibt es den normalen weg bestimmt sieht relativ normal aus bisher noch stufen normaler weg cool ich runter laufe komme ich wieder zum eis treu ich sollte erstmal speichern ja ich komme zum eis treu ich habe noch gar nicht gespeichert nach dem drachenkampf das wäre ein desaster für mich ich würde heulen zusammenbrechen und ich habe ein level ab wieder also nicht wieder sondern ich bin davon gestorben gegen den troll aber ein drachen besiegen locker check ich irgendwie nicht ja mach ich gleich irgendwo bin ich falsch abgewogen ich weiß nicht wie ziege willst du sterben lydia geh nicht ich wollte ihm nicht hinterher ja du hast sie getötet props an dich ok ziege ist tot da unten ist der troll der wird mich doch wieder so killen ich habe alle meine heiltränke beim drachen benutzt ok ich habe jetzt wieder zwei aber nur weil da sind mehrere von denen wo muss ich hin muss ich überhaupt hier lang muss ich nicht ich muss dahinter diese viecher two hitten mich also nicht hier durchlaufen ich würde das schnellladen machen aber da wird doch ganz schön viel spaß verloren gehen ich glaube er hat mich lydia wo bist du da hinten ist da hinten ist da hinten rennt sie oder bin ich Ich bin tot, sowas von tot, ich bin tot. Lydia, hör auf da hinten rumzuspielen, komm her! Na, und auf Mana! Wohoho! Noch einer? Ich weiß es nicht. Ich bin so nah, wow! Nein! Ja, es sind drei. Drei rote Punkte oben auf der Minimap. Ich sehe sie nicht mehr, aber sie kommen noch. Was ist mit Lydia jetzt? Beim alten Spielstand habe ich noch nie so oft meine Begleitung verloren. Wo ich dachte, oh verdammt, sie ist jetzt tot. Kann sie sterben? Ich weiß es nicht. Das letzte Mal ist sie aber nur ohnmächtig geworden und ist dann wieder aufgestanden. Der Drache hat sie auch wahrscheinlich gegrillt bis zum geht nicht mehr. Eigentlich. Da hinten rennt hier. Ich will jetzt auch nicht speichern, weil wenn sie jetzt wirklich tot ist, dann lade ich den Spielstand, weil das wäre auch echt uncool. Oder ich gehe einfach sterben. Und lade halt danach den Spielstand, weil ich wirklich nicht, dass Lydia jetzt tot ist, weil das wäre blöd. Meine erste Hilfe in diesem Game. Und sie stirbt vielleicht. Ich glaube zwar nicht, dass sie sterben können, aber... Ich glaube schon, dass sie sterben können, aber... ...und erst mal ein paar Pilze sammeln. Ist da jemand? Irgendjemand? Hilfe. Lydia! Wo bist du? Lydia! Du lebst noch! Oh mein Gott! Ich dachte, du wärst tot! Es ist so schön, dich zu sehen! Ich habe mir so großartig der Hand gemacht! Alles klar. Okay, sie lebt's. Ich, ich, ich... Wie geht's jetzt besser? Das macht dich jetzt schon ein bisschen glücklich, dass die Idee noch da ist. Schön. Auf geht's in die nächste Schlacht! Du und ich, Lydia. Wir werden diese Welt vernichten. Du und ich, Lydia. Wasser. Okay. Ich dachte, ich sterbe, wenn ich da durchgehe. Pilze. Sehen lecker aus. Wirklich? Nein! Erstmal alles mitnehmen, was ich finde. Oder die fress ich gleich weg, wenn... Ich wieder kurz vorm sterben bin... Mit mir legt man sich nicht an. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zu sehen. Okay. Was machst du dir aus meinem Fell? Ich sterbe alles. Ja, ich sterbe gleich. Aber alles cool. Das war alles. Oh, Staub. Wieso nehme ich das wieder alles mit? Wieso nehme ich das wieder alles mit? Nein! Nein! Die haben die Banditen getötet. Jetzt wollte ich es nicht mitnehmen, was auch mal es war. Ähm. 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 Ich weiß ja alles gar nicht. Zerstörungszauberkosten. Zwölf Prozent weniger im ARK. Unsere generiert sich 50 Prozent schneller. Das ist nicht schlecht. Das ist... Auch noch plus plus irgendetwas. Ähm. Ich muss hier ein paar Sachen einstecken. So viel Gewicht? Woher? Aus der Bekleidung? Wahrscheinlich. Bekleidung. Wert 75, Gewicht 6. Gewicht 5, Wert 60. Äh. Ähm. Ablegen. Eisenrüstung. Oh, dieser Wert. Hut. Ablegen. Gewicht 1 ist eigentlich relativ brain, aber trotzdem. Verkaufswert. Ablegen. Belzschild. Gewicht 4. Zweimal ablegen. Stiefel Wert 10. Kann ich auch ablegen. Den will ich anlegen. Die Stiefel können weg. Die könnten auch weg. Zack. Zutaten. Es sind die Drachenknochen, ne? Es sind die Drachenknochen, ne? Es sind die Drachenknochen, die so viel wiegen. Wo sind die Drachenknochen? Ähm. Ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich die Drachenknochen habe, aber es sind die Drachenknochen. Mann, sehe ich cool aus. Mit diesem. Dieser Robe. Wow. Ich fühle mich direkt viel männlicher. Hm. Die Axt. Gewicht 10. Ich schlafe im Bettsachs. Ich widerstehe mal. Vorderkung ist zwar riesig, aber ich widerstehe mal. Na, Bandits. Ist klar. Großer Sack. Oh, cool. Kann ich gleich snacken, wenn mein Leben down ist. Keine Ahnung, was das ist. Schaufel! Die will ich auch. Oh, ich will eigentlich am liebsten alles mitnehmen. Ich bin so Crab-Sammler. Mana-Trank. Ist auch cool. Okay. Bist du bereit, Lilia? Wollen wir da rein? Gewicht. Ich bin voll an der Grenze. Ich brauche einen Händler. Map. Schnell reisen nach. Also, es funktioniert. Ich kann dorthin schnell reisen und bin... hier vor Ort, ja? Ist das so. Das ist so. Dann möchte ich jetzt mal... Es den ganzen Weg hierher kommen, ne? Und dann die da zurück gehen, nur um... Also irgendwie... Okay, so. Mit WSAD. Okay. Das war ein weiter Weg. Weißlauf. Drachenfeste. Ich möchte genau in die Innenstadt. Schnell reisen wir mal zurück. Verkaufen wir alles, was wir haben. Machen Lydia komplett leer. Verkaufen wir alles, was wir haben. Okay. 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 Ladebildschirm. 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 Hau rein! Ich muss wahrscheinlich wieder an den Trollen vorbeilaufen. Und das dauert wieder eine Zeit. Ihr wisst ja, wie das ist. Dann habe ich Lydia unterwegs verloren. Dann schreie ich die ganze Zeit, Lydia, wo bist du? Und dann... Ihr wisst schon, ne? Das Übliche. Heute noch? Danke. Ah, wer bist du denn? Ich bin der Kommandant der Wache hier in Weißlauf. Cool. Meine Leute werden für eure Sicherheit. Keine Angst. Deine Leute werden für meine Sicherheit sorgen. Pff, ich finde alle deine Leute platt. Vielleicht nicht. Aber... könnte. Irgendwann. Vielleicht. ... Hi, Leute. Na, alles klar. Bin wieder da. Das war ich nicht. Hey, Dude. Besucht ihr die Drachenfeste, um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren? Nein, ich will ein paar Sachen verkaufen. Und kaufen. Ich habe euch für einen Magier gehalten. Ich denke, das wird euch gefallen. Erstmal. Brief des Freundes. Will ich mal behalten. Gewöhnlicher Seelenstein. Found now. Ich weiß nicht, was passiert ist. Da habe ich das benutzt. Ich habe verkauft. Krieger. Das hat irgendwas von mir verbessert. Und das ist Band 3 von Band. Und... So, ich habe diese Robe. 50%. 50%. Rüstung. Null. Verkaufswert. Verkaufswert. Gar nichts. Aber... Reguliert sich 50% schneller. Meine Meinung ist, sie ist 50% schneller. Ja. 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 Und 12% mehr... 12% weniger. Also ist die besser. Sieht zwar beschissen aus, ist aber besser. Hoffe ich. So, was hast du hier zum bieten? Ich hätte gern... Beschworenes Schwert habe ich. Damit kann ich so eine Feuer etwas beschwören, die mit mir mitkämpft. Das ist also auch ein Begleiter. Belebt Tote wieder. Schutzgeist. Beschwört. Hm. Zombie erwecken. Blablabla. Blablabla. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier entwinter festen. Vielleicht. Haidut. Die Ladebildschirme sind echt heftig. Hmhmhm. Hmhm. Hmhm. Ach komm, ich will doch nur handeln, 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 wir müssen handeln. Ha. Musikwechsel im Ladebildschirm. Ja, alles klar. Na, oh. Ich wollte nur die Stadt begrüßen. Allen erstmal guten Morgen sagen. Nie und nimmer seid ihr das legendäre Drachenblut. Oder könntet ihr... Ich würde ihn gern meinen Just Do It. Alles klar. Ich habe ihn zwar nicht gesucht, aber alles klar. Ähm. Alles klar. Hi. Ich gehe mal einfach ins Gasthaus. Ist das das Gasthaus? Ich weiß es nicht. Sieht nach Händler aus. Ähm. Das wollte ich nicht knacken. Gemüscht war. Ah. Ah. Wie spät haben wir es denn? Neun Uhr. Komm, jetzt müssen aber gleich alle wach sein. Ich will jetzt nicht aufschließen. Ich möchte hier mit irgendjemandem handeln. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen. Und ich? Ich muss hier Wache schieben. Ah. Wenn ich hier um sechs Uhr morgens nicht die Party abgehe, dann ist es doch... Komm, acht Uhr. Oh, jetzt. Oh, jetzt.